So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Fun, Gemetzel, Tode und sonst ein Scheißdreck. Scherwusch. Mach mal Karte geheim, vielleicht geht's dann ab nach Nuketown. Hab ich schon. Hast du schon, gut. Ja, ich hab noch drei Waffenstufen, dann kann ich mit meiner M27 auch den Schalldämpfer benutzen. Ah, Cargo. Schade, ach, wir sind wieder in einem Team. Ja. Ich hab mehr Punkte übrigens gehabt als du letztens. Ein wenig. Ein wenig. Ah, du siehst, wenn der Abschluss bestätigt, spielst du viel mehr. Aber echt, Alter. Und das heißt, du kriegst schneller, bessere Waffen, das ist ja auch gut. Turn down for what? Din, 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 din. Ich wollte eigentlich heute Abend irgendwas machen, aber dann war ich auch zu faul zu irgendjemandem zu gehen. Abschluss bestätigt. Ja. Den Rest der Geschichte kennen sie, ja. So, wir sind die Seals. Raus mit den Afrikanern! Ich hab... Ah, fuck you, Mozi! Alter, ich schwör. Diesen Mozi. Ist der wieder im gegnerischen Team? Ja. Der geht mir so auf den Arsch. Der Prinz. Der Prinz hat mich getötet. Granato! Ey, 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 ey. Mamuda Barossa! Mamma, wie? Okay. Hier rutscht noch ne Leiche runter. Die Treppe. Ja, sick, der Land! Der Lukas mit nem Penis. Wie geil. Ein Penis-Emblem hat der... 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 Äh, Homo. Der Chemie! Der Chemie. Fuck, yeah! Ganze 125 Punkte besitze ich schon. Schwör... Ja. Schwör auf Butterbrot, Junge. Du auch. Echt? Ja. Ich schwör auf Nutella-Brot. Warum hab ich grad keine Punkte fürs Einsammeln im Markt bekommen? Schwul. Ha! Geil, der musste nachladen. Oh. Scheiße. Der Jerome hat mich umgebracht. Geiler Name übrigens, gefällt mir. Jerome. Ich hab gerade zwei umgebracht. Gefällt mir auch. Like. Hashtag YOLO. Hashtag OnTheWeek, Bruder. Ah, der Prinz. Mit der Schrot. Mit der Schrot. Lasermarkierer freigeschaltet für die M20. Sommer. So, ich lauf mal außen rum rum. Außen rum rum. Ich dachte, lass außen rum rein. Nein! Ha! Der User-Pack, Alter. Wie geil. Der hat unten in Klammern, äh, Pedo als, äh, Dingens-Name. Als Klarname. Kennen wir doch irgendwoher. Haha. Da war doch einer. Oder nicht, oder doch, oder warum, oder vielleicht. Warum? Why do you not... Nein! Da Prinz, schon wieder. Wo ist denn eigentlich Motzi? Der da Prinz ist gut. Der freut sich doch mal, dass Motzi nicht da ist. Der gewinnt eh immer jedes Duell gegen dich. Motzi! Wo ist er? Och, komm schon. Der hat sich auch einen Barriker. Ha! Ich hab den Be... Jerome! Ach, wir haben Vorteil. Heimvorteil. Bitches. Da hinten steckt er und er hat... Motzi! Mh! Der geht mir so auf die Eier. Dem gehören so die Eierkastri... Motzi! Alter, ich glaub, ich hab einen Ernstfeind. Ja, ich wurde befördert. Und der Wittes-Wiking, oder wie der heißt. Ganz ehrlich, wenn du in echt so befördert werden würdest, das wär schön. Kommt da jetzt einmal her. Nein. Ich bin auch dafür, dass ich EPs sammeln muss in meiner Firma und dann irgendwann befördert werde. Alter, ich mach jetzt Jagd auf Motzi. Wer macht mit bei der Motzi-Jagd? Ja, Motzi, du Sack! Da hab ich dich voll genatzt. Und wer bringt mich um? Mein zweiter Erzfeind leckt mich am Sack, ey. Das ist doch zum Kotzen. Durch dich hat er eine Konterdrohne bekommen. Wann, Mann, 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 Mann? Hier, guck mal, du hast einfach mehr Punkte als ich. Genauso viele Kills, aber doppelt so viele Tote. Ha, wie geil. Aua, ich bin tot. Was war das denn? Ah, ich hätte einfach eine Granate werfen müssen. Ich hasse dieses Gefühl. Du weißt, was du machen willst, aber du kannst es in dem Moment nicht. Ja, kenn ich. Wenn du eine Granate... Motzi! Alter, dem gehören so die Eier abgeschnitten, dem Sack. Aber lustig. Ja, okay. Eier abschneiden auf bayerische Art. Alter, ist echt ein ausgewogenes Spiel. Das ist gut heute. Motzi! Alter, der hat mich so auf dem Kiecher, der Wichser. Mann! Vor allem, wie schafft der es, dich immer zu finden? Das ist... Alter, der hackt doch. Das kann halt echt sein. Nur der hat mich als Punkt auf dem Radar, weißt du? Ha, Lukas. Jerome. Und jetzt noch Motzi, bitte. Ah, Lukas wieder. Mit der guten C4. Ah, dieses C4-Nerv. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Weißt du, ab und zu kommen so ein paar Sekunden, da hast du einen Lauf, du kilnst dauernd. Mh, da prinzt, da war bestimmt auch Motzi dabei. Oh. Ich hab den falschen getötet. Unglaublich. Na los, na los! Ja. Der hat mich unterwegs. Na, nachlass! Mozi! 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 Ich hab den Kiker. Heastorn. Von da prinzt, natürlich. Bei dem klappt es irgendwie schon ein bisschen besser als mit mir. Äh, bei mir. Wir haben die Kontrolle verloren. Ich hab mich nicht selber auch... Ich hab mich selber getötet. Ha, Jerome. Userpark. Der hat voll das geile, äh, den voll geilen Skin. Also Skin-Label. Was denn für eins? Toilettenpapier. Oh, cool. Mit so einem Smiley. Ja, ich liebe Toilettenpapier. Ah. Das Teure aber, ne? Mhm. Ist aber nur zweilagig oder so. Wir scheißen ja Papier. Ah. Äh, ich mein Geld. Wir scheißen Papier. Ah. Ja, das auch. Ich glaube, das ist auch mal die letzte Folge, der für die heutige Aufnahmestation. Ich hab so viel zu rendern und hochzuladen. Wie soll ich das am Wochenende schaffen? Ich kille einen, dann sind da noch zwei andere. Ha, Lukas. Da, Prinz. Komm schon, ich will noch Motzi. Wo ist er? Oder sie oder es oder... Ach, der ist bestimmt Neutrum. Bestimmt. Alter, Motzi. Den Namen werde ich mir merken. Alter, wie lange braucht der, ey? Da, Prinz. Der ist gut, ey. Der ist gut. Dieses Victim da, der Typ, den hab ich auch nicht mehr gesehen bis jetzt. Noch ein Messer rein. Lukas. Wir gewinnen diesen Karten. Hey, Narzisse hab ich bekommen. Wofür? Die verbündete Drohne nähert sich. Hm. Hm. Da. Alter, ich seh auf dem Radar nur noch rote Punkte. Ich auch. Ich hab die Masern. Das auch. Und ganz tolle Gehirnerschütterung. Ah. Gehirnerschütterung. Geht nach. Wo bist du? Da kommt bestimmt gleich einer wieder um die Ecke gescheißt. Und ich seh nicht. Da rennt einer. Da rennt... Nein, Motzi. Motzi. Du kleines dreckiges Stück Scheiße. Hast wenigstens getötet. Ja. Ja. Ich hab so Hass auf den. Und nochmal Userfakt. Zweimal hintereinander. Ah, da ist dieser Witches King. Nummer eins. Uiuiuiui. Uiuiui. User Park. Ah, letzte Sekunde und ich hab noch nie Medaille gekriegt. Hm. Wer war's? Ja, der sagt, der hat's verdient. Ja, der hat ganz abgemessert. Skill Level 9000. Geil. Ah. Gut. Wir machen mal eine Aufnahmepause. Wir sehen uns wieder im nächsten. Und schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen LPT haltet, was ich vor drei Folgen erwähnt hab. Ach ja. So, mal direkt raus aus in der Lobby, sonst spielen wir gleich wieder. Und, ja. Was gibt's zu sagen? Hörst du die Abschlussworte? Hallo. Gut. Bis demnächst. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was zu gut findest, was nicht. Liken, Abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Ciao. Ciao. Vorsicht. Hoi. 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 Vielen Dank.